Ja, hier ist er wieder, euer Burgelcat. Ich bin hier auf der Karte Mien unterwegs und ich fahre zu mit dem Ettoff. Ettoff ist bei mir aus dem Clan und wir fliegen gerade zu, beide mit dem T67 unterwegs. Das ist hier ein Begegnungsgefecht und wir schauen mal, was passiert. Und das Schöne ist, der Ettoff kriegt nur die Hälfte mit. Der kriegt nur was mit, wenn ich Push-to-Talk-Button drücke. Ansonsten weiß er nicht, was ich hier sage. Natürlich fährt der davor. So, die Art, die muss weg. Nein, M4, nein. Ja, ihr seht, es läuft zur Zeit gut für uns beide hier. Wir haben zusammen schon mal drei Kills. Jetzt heißt es, nur am Leben bleiben oder das Spiel sauber runterspielen. Ja, das war ein bisschen wagemutig. Das ist nicht unbedingt sauber am Leben bleiben wollen. Und hier ist ein Gedränge auf dem Berg, muss ich dir sagen. Ja. Das ist wie Panzerballett, damit man sich nicht gegenseitig umfährt, die ja die ganze Zeit schon. Sagen Sie mich mal genervt hier. Leine. Boah, ich wusste gar nicht so aus. Tschüssler Wengen her, das ist der Skorpion, der an mich so viel Strukturpunkte hat. Den habe ich gerade am Wickel. Okay. Jetzt hat mich eine Suche 85 erwischt. Das sollten wir aber im Sack haben. Nichts riskieren, passt schon. Na, da habe ich dich doch endlich. Gucke ich bei dir zu. Na toll, ist ja nicht mehr viel da. Ganz ruhig. Hauptsache ist, wir haben gewonnen. Weißer. Spottingschan oder so, Chris ja auch. Und am Ende muss ein Plus stehen und ein Gewinn, dann war das eine gute Runde. Ich kriege die Art nicht mehr. Tja, dann kommen wir mal zur Auswertung. Auswertung, das wird eine Akkordauswertung und der Etow hört schnell mit. Und falls ihr das nicht glaubt, das ist hier live aufgenommen, nix gestellt, nix nachvertont, alles so wie es gekommen ist. Er cheated nur. Ja, ich weiß und es ist eine Knackwurst und was da nicht alles kommt. Und ja, als Zug kamen wir drei Kills. Etow hat die beste Platzierung, sprich die meisten Punkte bekommen. Ich relativ viel Schaden. Und finanziell gesehen habe ich ja 16.584 Credits reingewinnen. Und weil es ein einfaches Gefecht ist, 816 Erfahrungspunkte. Das soll es gewesen sein. Und weiter mit dem nächsten Gefecht. Ich hoffe, das Video gefällt euch und bis demnächst. Tschüss, euer Borgelkat.